Okay. Das ist ziemlich langsam. Okay Max, ich bin bereit. Okay. Geld ist drin. Schlüsse ist drin. Ein Anhänger und Zigaretten sind beide drin. Strafzettel. Panda. Ziegaretten sind drin. Es war sieben. Ah, ich wusste, dass es gefahren wird. Sieben sind es. Ja, Geld. Mit den besten mit mir erst zum Schluss aus. Wie viel habe ich? Okay, jetzt müssen wir rechnen. 25 Cent. Plus 5. 30. 31, wenn ich das richtig gezählt habe. Aber das ist ja keine Option. Also. 25 Cent. Du verlierst. Was? Verdammt. Eine Sekunde. 25 Cent. 5 und 1. Hm. Okay. 5,5 und 1. 5 und 1. 5 und 1. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. Sieben. Sieben. Geld. Eine Frage, was ist denn das? Was sind denn das für fünf Cent? Eins sind ja das wahrscheinlich schlechte Übersetzung. Verdammt. Also das letzte. Da muss ich halt irgendwie raten. Eine deutsche Übersetzung sieht anders aus. Ja, ich rewinde zu oft. Verdammt. Du reindest so oft, sag dich das. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit? Ihr Geld machen als erstes. Das muss jetzt geraten werden. Blödes Spiel. Schlüssel. Panda. Ja. Zigaretten. Dann guck mal die besten. Sieben Zigaretten. Ja, ein Strafzettel. Ein Fahrzeugticket. Du kennst mich gut. Aber, was ist die exakte Zeit, in der ich zerbastet bin? Um 10.35 Uhr. 10.34 Uhr. Booyah! Max-Kenn-Tell-Time. Aha. Das ist die exakte Sache, was du da bist. Mit den Ballen. Ich habe einfach nur Schillen auf meine Neue bekommen. Das ist die exakte, was du da bist. Du hast die Macht. Ich nehme die Scheiße aus der Tafel, Chloe. Klar, Mom. Wie ist das Essen, Max? Besser als ich erinnern. Sehr gut. Sehr gut. Mann, ich bin Hunger wie der Wolfe. Klar. Ich schreie mich über was gerade passiert. Du musst mir mehr zeigen. Etwas viel coolerer. Ich glaube, ich werde dir nicht glauben. Ich werde die Zukunft präsentieren. Kein Weg. Mach irgendwas. Und ich sage es dir vor allem. Was passiert? In den nächsten wenigen Momenten. So, dass du mit deinem verdammten Macht hast. Aha. Okay. Die Mutter. Ah. Der Rüste Cup zerbrochen. Okay. Das ist eine Alarm. Reicht das schon? Wahrscheinlich nicht. Ähm. Ja. Gut. Zwei weiß ich. Ähm. Ähm. Fuck. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Erst mal zu gucken. Erst mal aushalten. So sie kommt mit dem Kaffee. Okay. Dann. Okay. Dann. 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 English. Du hast crimes... Die Spieler treffen sich. Die gehen aufs Klo. Die Sprenghenspringt an. Okay, mal schauen Okay, kriegt auf keinen Anruf und geht Okay Okay Ich werde 4 Äventen, die in den nächsten 30 Sekunden oder so passieren Ich werde das in den Glas feiern, dann werde ich das in den Tassen feiern Ich habe nur das Der Trucker zerbreitet diesen Mug und Joyce rippt ihm eine neue Mug Also was passiert nächstes? Der Partner fällt davon und er antwortet Ist ein Lohnert und er antwortet Das habe ich nicht antwortet Das habe ich nicht antwortet Joyce ist beendet Ja Auf jeden Fall Das wird gut Ich kann nicht warte, was passiert Also Jukesbox dreht durch eine Karrie-Kakuik wenn du mit Kärle willst Da ist eine Fliegeweine und landet Da ist ein Fliegeweine Ich kann nicht auf ihnen anrufen Das durch genau das Pretty bizarro Max. But let's see if everything happens like you said. Na. Dann sieh zu. Und Tasson. He started it. I'm finished it. That is wild. Ja. Ein bisschen ungenauer waren wir. F***ing A. Das ist sicher der hell besser als das andere Garbage. Ich denke, unsere Jukebox ist für Davy Jones' locker. Also, was hast du erwartet? Ach, verdammt. Haben wir Fehler gemacht, deswegen. Jetzt, preizt auf alles, was passiert in den nächsten paar Momenten. So, dass du mit schmerzen kannst. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, diese Rätsel. Okay, müssen wir in eine Tasse fahren. Oder war es der Trevor, der in ein Glas verlässt? So, glaube ich, der Trapper. Der Trapper verbreitet seinen Mug und Joyce rippt ihm eine neue. Also, was passiert nächstes? Ne, aber neue wird es nicht geben. Also, dann war es, glaube ich, der Notruf. Dann bekommt er ein Emergency Alert auf seinem Radio. Und er schnell aus dem Diner. Ne, macht er nicht. Verdammt. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Was? Nein, ich habe blödsinn gemacht. Vorstehen können wir es nicht, oder? Verdammt. Großer Trick Okay, Trevor is a glass, I think it was a glass. With the use of it, it is a bit difficult. No one does, but okay. No one is going here. Everyone is in there. Answer, right? The cop gets an emergency alert on his radio and he answers it. Well, let's just see how this goes down. It could be. It could be. Now the jukebox. Oh, a flyer. Ah, that's how it was. Pretty bizarre, Max. Let's see if everything happens, like you said. It's so difficult, so detailed. Well, I think Trevor was with the bag. The trucker was next, right? Damn! Well, it was the one with the trucker. I really like the bag. Okay, the trucker is in the bag. The trucker drops his mug. So, what happens next? And he is a donut. The cop gets an emergency alert on his radio, but he does nothing except eat a donut. Well, let's just see how this... It's wrong, because it's not in the bag. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks up. Ah, okay. I understand. This is getting good. I can't wait to see what... One is still there. The jukebox is pretty bizarre. Oh, God. That will... Okay, that's right. That's right. That's right. That's right. Did you break another cup? Really? No refill for you. That's right. Now I'm gonna take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a kid. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'll finish it. I'll finish it. I'll finish it. I'll finish it again. Ha. I'll finish it. I'll finish it. That's right. I'm going to predict... So, I'm going to predict... So, I'm going to play... Okay, the trucker and the stand has to fall. That's right. The trucker drops his mug and Joyce rip him a new one. So, what happens next? Okay... The police is holding a notification and he doesn't go. He... So, his partner is running away. That's it. I think that's it. I think that's it. That's it. The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. And Joyce ends it. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. That looks good. I can't wait to see what happens. I think that's the new song. I'm not sure. Or was it a flyer? The jukebox goes crazy as a flyer lands on it. Pretty bizarre, Mac. I have to look at the jukebox again and see what happens on it. I haven't looked at all. That was probably wrong. Oops. Did you break another cup? Really? Not refill for you. Shhh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. There's a lot of problems oh. Ah, there's a little milk leg. But you did it? So cool bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. Ah, da ist die Kakerlake. Okay, die Kakerlake war richtig. Okay, das kriegen wir jetzt, jetzt kriegen wir es hin. Okay, der Kakerlake ist fantastisch. Und das war das Problem, weil der Motor oben da steht. Der Polizist einseit einen Notruf und sein Partner gehört davon. Okay, jetzt wie man das sitzt. Justin drüber streiten und Joyce beindet das. Justin und Trevor kämpfen und Joyce breitet es ab. Das wird gut, ich kann nicht warten, was passiert. Die Kakerlake geht über die Kakerlake. Ja, das haben wir gesehen. Die Kakerlake geht verrückt, als ein Kakerlake kreiert. Das ist ziemlich bizarro, Max. Aber wir schauen, ob alles passiert, wie du gesagt hast. Let's go. Trevor und Justin sind in Liebe. Hast du ein Kakerlake auf der Kakerlake? Ich pflege Freude an Max und die Kraft, für die sie steht. Hans, das ist nicht ein Kakerlake, Chloe. Ich muss auch vorsichtig sein, wie ich es benutze. Scheiße das! Natürlich ist es ein Kakerlake. Das beste Kakerlake ever? Du kannst jemanden mit dem Platz mit dem Platz befestigen, reweigen Zeit und gehen! Es ist so, dass es nie passiert. Du wohnst. Vielleicht hast du mich auf mich gemacht und ich wusste nie. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Du kannst reweigen Zeit, Max. Das ist verdammt verrückt. Wir müssen spielen. Ich habe nicht Zeit. Du hast das nicht gesagt. Du hast das nicht gesagt. Oh. Strangere Dinge. Hey, bist du okay? Zu viel excitement. Verrschst, was passiert, wenn wir wiederholen? Dann... Lass uns zu einer meiner schrecklichen Läher und vollständig testen deine Kraft. Du brauchst einen Kakerlake, um dich zu stecken. Okay, Frau Wander. Show mir die Weg nach Chloe's Gave. Ich nehme mir noch das Essen mit, oder? Ich nehme mir das Essen mit. Den Kaffee! Nimm doch den verdammten Kaffee mit. Lass sie den Kaffee stehen. Das ist das Verbrechen in die Menschlichkeit, Kaffee stehen zu lassen. Okay, Supergirl. Lass uns zu meinem secreten Ort. Du wohnst überhaupt nicht. Du wohnst überhaupt nicht. Wir haben woanders, wo wir gehen. Und was wir tun? Komm schon. Bis dahin, bevor Mama noch mehr schrecklich anfängt. Lass uns zerstören. Es ist Kate Marsh, aus Blackwell. Big whoop. Du mich nicht mal in fünf Jahren und jetzt bist du ein bisschen biatch, die du jeden Tag in der Schule gesehen hast? Ich sehe, wie du wohnst. Also gehst du mit Kate Marsh, aus Blackwell. Ich habe auch andere Leute, die mit dir zu spüren. Later, Mama. Tschüss, Joyce. Wir werden es bereuen, aber... Freiheit! Ich fühle mich schlecht über Kate. Sie wird dich überleben, wenn du nicht übernehmen willst. Jetzt fülle mich, junger Sparer. So können Sie sich ernsthaft kappen und regeln die Welt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich hoffe, Kate wird nicht aufgeregt, dass sie nicht antworten. Oh nein. Wir werden es so bereuen. Das wird so eine... Das war eine falsche Tat. Das war eine schlechte Entscheidung. Aber gut. Wir müssen damit leben. Das wird so cool sein. 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 Das wird so schön sein. Das wird so schön sein. Du kannst einfach die Zeit zurückkommen. Wir müssen Sie jetzt testen. Wir müssen Sie jetzt testen. Willkommen zu Amerikan Rust. Meine Zuhause von Hell. Rauh und Rauh. Das passt dir. Max, du weißt, wie großartig das ist? Ich habe meine beste Freundin zurück, und sie ist auch so super-sized. Wir wissen nicht wie lange. Wir wissen, wie lange. Es ist Zeit für Spaß. David ist vielleicht ein douche, aber du hast ihn verletzt. Ist alle in Arcadia Bay, jetzt? Nur diejenigen, die nicht zu sein. Wie Steppe Dildo. Bis jetzt. Ich bin noch nicht in der Revolution, Chae. Du bist in der Revolution, Max. Wir müssen versuchen, wie besser benutzen und Abuse Ihre Macht mit der Test. Geh. Geh. Du bist so nett. Du hast nicht geändert. Du hast einen kleinen Bremsen nicht verändert. Okay, wir machen das. Können Sie finden fünf Beine während ich loswerfen? Bier und Fächer... Schmerzen ein wunderschmierig. Du kannst es rechnen. Jetzt, wir finden fünf Beine. Ready, bitte. äh, ja Flaschen, nein, nein Wird schass, ich würde es bunt hast, drücken Eine Flasche Du Flasche So, Planke Jetzt kommen wir da hoch Ah ja, die Planke können wir vielleicht nehmen Aha Okay, nicht Okay, wir haben schon gesehen, was auf diesen Schienen passieren wird, so haben wir es schon keinen Trailer verraten Okay Okay, ja, Mist Dass wir hingegangen sind Oh, gut, dass es nicht alleine gegangen ist Okay, wir kommen jetzt zu der Flasche hoch Okay 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 Das ist so schade, zu schauen, zu einem geschlossenen Boot Ich frage mich, wer das ehrt und wo sie jetzt sind Es ist schwer zu glauben, dass das mal auf der Straße war Füllt mit hunderten Studenten Nehmen Und dann mussten eine Flasche Nein Eine schade Bottle Schau, was wir hier haben Eine lustige Bottle für die Flasche Lassen gehen Und dann Und dann mit der Kiste hochsteigen Okay Ja So Hallo Bottle Nummer 1 4 mehr zu gehen Will ich die Kiste mitnehmen? Können wir nicht Und da kommt der Zug Oh je Oh je Oh je Oh je Oh je Wir kommen jetzt zu der Flasche In gewerbten Stand mit der All dieses rustedes Metall macht mich sehr seren Am ich morbid oder nur goth? Hm Ich könnte dieses Bottle als Brich Das sieht nicht zu schwer Spritzen Spritzen Oh gross So stürzendend, dass die alten Syringen auf dem Boden sehen Die Schellen sehen frisch Mir tut die eine weh Deren Anruf Die tut mir leid Die Deren Anruf Verpasst haben Es ist Wir werden das so bereuen Aber wir würden es auch bereuen Jetzt hier nicht mit Ihr hierhin gefahren zu sein Das wäre auch schlimm gewesen Jetzt wäre wahrscheinlich Irgendwann passiert mit dem Zug Und Wenn wir nicht hier gewesen wären Jetzt haben wir uns wahrscheinlich Für das eine Leben Gegen das andere entschieden Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Aber ich befürchte es Ich hoffe nicht Aber ich befürchte es Frau an Bord 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 Natürlich Bord